Der neue Schüler. Sari und Lilli fahren mit dem Bus in die Schule. Lilli, in unserer Schule ist ein neuer Schüler. Er heißt Marcel. Marcel, ja. Er kommt aus Frankreich. Sein Vater ist Schauspieler. Sehr interessant. Er spricht drei. Oh, er ist klug. Klug und groß. Und er hat sehr schöne... Ja. Äh, sehr schöne Schuhe. Sari, Marcel ist da drüben. Was? Hallo, Marcel. Hallo, Lilli. Wie geht's? Super. Danke. Marcel, das hier ist meine Freundin Sari. Sie liebt... Deine Schuhe. Oh, äh... Hallo, Marcel. Neu... Schuhe spricht in die Schule. Neu... Neu... Schuhe Neu... Schuhe ... ... ...